hallo und herzlich willkommen zurück zu road to prestige master heute mit dem peter schnitzer am start also verlaub freunde der sonne hallo ja dann such mal was gescheites was gescheites was willst du spielen herr lennhardt ich möchte herrschauft herrschauft es ist so ammattend eh ohne schal sich klebe am stuhl fest äh ich bin auch überfertig ich würde sagen keine ahnung Zufall ja meine Freunde wir römen für Zufall ich mach mir jetzt hier erstmal ah ich weiß nicht der nukulartitel ist halt schon doch am coolsten ne dummer angeber man schaffe dich ja hier sind mal meine stats ja Cargo na Cargo ist ja voll gay naja da wird jetzt der Hafen gerockt ich bin so behindert Alter der Hafen wird gerockt oh mein Gott mit was spielen war du spielst du da würden rausgeprügelt die wurden mp7 in Gold rausgeprügelt mit Laser na dann klatsch ich die mp7 jetzt mit Diamant raus in Diamant erstmal hier mp7 Diamant langlauf und Extended Wax so luftet meine Freunde so luftet da würde ich halt keine Ahnung hier so einen Pre-Nate Spot ach den kennt der Lennart ja aber ich hab kein kill bekommen komischerweise und ich bin mal wieder auf einer 3-Bahn oh man hat der fein bravo irgendwie boah alter meine Augen sind gerade überfertig die haben gerade überhaupt kein bock auf COD irgendwie deine Augen machen bling bling ey A die haben gar nicht A einen genommen wo 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 aiming aiming jesus aiming wo 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 Gott was da denn ey komm von wo kommen die denn überall man was ist da los scheiße es läuft Leute der Bobo hat einen 3-0 der Bobo hat einen 4-0 der Drohne jetzt müssen wir mal ein bisschen campen hier NEIN ein Auto was ist das für ein scheiß ich hab ihn aber heute mit dem Fass getötet oh den schnabbeln wir als erstes hier ist da einer ja ja ich hab die ich hab die granate geworfen nein nein NEEIN C4 alter diese schlampe man Gott wie ich C4 Huren hasse ey naja hätt's mal Flecklerge eingepackt heute nicht rum ja hab ich noch nicht witz boh Halt Halt´s Maul lol A gesichert warum haben wir A gesichert ey ohne scheiß ich krieg ich krieg nen Anfall ey Du bist auch schon wieder nur am Pumkel geiern ne meine Mutter geiert Erstmal hier schönen Longshot. Deine Mutter geiert erst mal. Da kannst du aber auch auf Kürz googeln kannst du da mal. Da ist der Dublé. Wechsel das Magazin! BGW. Ne, ich geh da jetzt nicht auf B. Ich hasse B auf dieser Mann. Nein, 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 hinter mir. Schau, warum kommen die von hinten, die Hurensöhne. Ich war so schön am Camp. Nein, 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 wir haben sechs Leute auf einmal. Gehen wir mal auf C. Gott, mein Aiming, mein Aiming kannst du ja knicken. So, den geilen wir uns jetzt erstmal. Wo, 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 wo. Ziptex. Und dann die Ivo-Hure. Goddammit! Ey, das kann doch nicht wahr sein. Leute. Leute. Warte. Camped. Nein, 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 nein. Leute, wieder diese Ivo-Hure, man. Der ist doch scheiße, man. Und dann in den TIME. Ne, ne, nein, 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 nein. Nisch nochmal hier. Ey, ich hab keinen Bock mehr Alter. Es läuft nicht o'n luft das nicht man. O- Humans Lul von wo kommt der denn mann? the star Ist.... Ey lass danach man nen Eh Ohne suche und verf dwa appar raus dödeln Ne Du bist du überhaupt schlecht Du bist überhaupt ueber schlecht Stimmt?! Die Snipers hab ich auch auf dir soexpression Mensch bist du gut Sollte ich vielleicht noch mal betonen Gehen wir auf Cäsar, wenn die auf Elvor gehen. Ich habe Angst! Hier ist mal eine Zam-Tex dahin, die Stump dahin. Da kriege ich mal schon einen Schock-Assist hier. Und wo? Komm, gib mir die Drohnen. Pieken wir mal. Loll, da ist einer. Da ist der Glücksschlag. Vielleicht laden wir mal den Komaner Krieger rein. Der würde unserem Gameplay gut schauen. Ein Glück hier. Das CG und das Noobs. Ein Glück führen wir jetzt nicht. Sonst wäre mein schlechtes Aim hier in der Killcam. Das ist doch nur das Einzige, worum du dir Gedanken machst. Ein Glück sehen die Leute nicht mein Aiming. Ja, dass die Killcams gut aussehen. Aber ohne Kacke, wenn wir noch einmal von einem behinderten C4 oder so getötet werden, dann gehen wir schön aus der Lobby raus. Ich muss gleich sowieso nochmal in die Einstellungen und wahrscheinlich nochmal meinen Code neu starten. Weil der Sound von meinem Code nicht geht. So komm, der Blitzschlag gibt ein Quad. Der Blitzschlag gibt ein Quad. Äh, Quad. Was ist das? Was machst du, Alter? Wer geht denn Arnos, Alter? Loll, ja direkt! Ja, natürlich! Wir gehen auf die See. Ey, sind die Behinderte, ich hab keinen Bock mehr, Mann. Merkt schon, der Tim hier, der Schnitzel ist am Ragen. Am Ragen. Ich spiel gleich Schache, ey, Mann. Oh mein Gott, ey, das ist das Orbital Reset. Oh mein Gott, ey, das ist Orbital Reset. Hands up. Du klaust mir meine Kills. Schieß mal hinten noch. Schieß am besten auf das brennende Fass da noch. Ja, jetzt hör mal auf mir meine Kills zu klauen. Hey, natürlich, hier der. Wir verlieren Bravo. Ach, Geiern, wer jetzt Alpha? Alter, du gehst ja ab hier. Mit meinem Orbital-Sitz. Komm, der Schwarm ist drin, der Schwarm ist drin. Komm, ich nicht. Okay, noch ein scheiß Kill. Nein, nein, ich war schon hinter der Ecke. Scheiße, Mann. Ein Kill vom Schwarm. Ein fucking Kill. Kacke. Das ist nur Scheiße. Ey, der, ich war hinter der Ecke, Mann. Das kann nicht sein. Mhm. Das ist doch behindert. Und wir verlieren B. Oh, das ist für Höhen, Mann. Wow, wow. Kappa Kimbo, ey. Ich glaub ja. Hackt, ey. Geschnitzelt. Ja, geschnitzelt. Du schnitzelst hier gleich, Alter. Ja. 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 Da wird die Sicherung rausgedreht. Ey, dieser Hurensohn, ja. Mit seiner Scheiße Ahn 94. Könnte kotzen, ey. Und du geil, erstmal wieder Alpha-Punkte, ne. Flaggenpunkte. Ich bin das Alpha-Kin. Du musst halt E-Lag legen, Alter. Bisschen Minuszone. Ne, du musst E-Lag. Lieber E-Lag als Minuszone. Leul. Leul. Nein. Nicht mit dir hier. Nein. Was hat dich getötet? Ja, klatschen. Nö, man hat Laser. Du spielst auch mit Laser, du Lappenkin. Gott, du... Was sagt er? I don't have Erx attachment. Ich darf… I don't have Erx. Gott, eh. Heben wir hier mal die Diamanten Evo auf hier. Wir klatschen jetzt hier erstmal Steiner. Ne, ne. Ich hab noch gar kein Orbital Reaser. Unlocked. Guck mal, das ist so einfach mit der Evo, ja. Und steht trotzdem gegen die Evo. Scheiße, man. 34-12 ist jetzt nicht das Überragendste. Die Missionszeit ist fast um. Schneller. Aber eigentlich gewinnen wir wenigstens, ey. Das kann nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein, man. Die sprayen aber auch nur die Bitches, ne. Boah, jetzt muss ich mal, ey. Könnte kotzen. Oh, eine Biatch. Unnötig auf dem letzten. Ja, ne, ist echt behindert. Sag mal, danach gehen wir aus der Lobby raus. Wir gehen nach der Lobby. Alter, jetzt blockiert der Barstab mich. Ich krieg nen Knall. Ich krieg nen Knall. Ist ja auch einfallsreiches Emblem, der Typ. Ja. Wie der Typ Raid. Der benutzt so die Evo, der dumm, ey. Da komm, die E-Sie, beschreib mit ihm E-Sie. 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 35-13, naja. Ist jetzt nicht so schlimm, aber... Es ist so überragend. Wir quitten. Wir quitten. Wir juchen mal jetzt ne Runde. Ich ffff. Ich ffff. Lade ich ein. Ich muss kurz. Meine Blobs neu starten. Na gut. Oh, so, bam. Guck mal jetzt mal hier. Ich denk mal, wie ich bin jetzt mit der PDW hier. Ah, da haben wir auch wieder Sound auf unserem Kot. Sound. Aber jetzt rauscht die Schuhe wieder. Warte, dann muss ich mal, wenn du... Ne, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Ne? Das ist mal so kurzfristig so. So kurzfristig so. Können natürlich jetzt auch Waffenspiel spielen oder Scharfschützer oder so ein Schmarrn. Oh, ja, Waffenspiel wäre. Obwohl. Hm. Weiß nicht, ob man da so einen guten Score rausprügeln kann. Dann spielen wir mal... Wir können auch ne Sprengung Mundo. Abschluss bestätigt. So und das stören gut. Nein, Abschluss bestätigt. Okay. Okay. Okay, Lennart. Okay. Okay. Ohne Schottgang-Klasse. Da haben wir mit der KSG-Mann. Okay. Langer Lauf und Schnellziehen. Eigentlich gibt es keine... Da gibt's kein Pardon, ja. Was anderes kann man da gar nicht nehmen. Na, Ardo. Pardon. 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 Es gibt kein Pardon. Oh ja, es ist... Pardon. ...Doggen. Mit G am Ende. So. Komm, wie würdest du Vector spielen? Die Vector... ...schnelles Magazin langer Lauf. Oh, langer Lauf, ey. Irgendwo müssen wir damit irgendwas kompensieren. Ich nehme Schalter im Vorwurf. Machen wir jetzt mal noch eine Schnipper-Klasse hier. Ballistik-Prozessor. Und was nehmen wir denn da? Schnelles... Schnelles Magazin, ne? Und hier... Diamant! Muss ich jetzt nochmal angeben, ne? Oh. Die Karotarnung. Die Karotarnung. Ich glaube, ich sollte als nächstes wirklich Pistol... Karotene. Hm, soll schon mal. Ja. Standauf! Standauf in Stalingrad! Kyrgyzstan! Ah. Ich bin jetzt mal... PDW. Übrigens... Übergeile PDW-Klasse. Ja. Die hab ich... richtig dick am Schuss. Leute, Leute, nein, nein, die bin ich geflatzt. Und ich bin so instant tot, oder? Ne, ich hab dich gerettet. Das ist mal klappt. Ja, ich hab's geschafft. Vorbildlich für weg. So genial, weißt du? Manche Leute... Das hab ich einfach drauf. Ich find's einfach geil, dass ein... ein 50er Assist einfach mal genauso viel Wert ist wie ein Kill am Schuss bestätigt. Ah, ich hab voll Angst vor dem... vor dem... vor dem... vor dem... 10. Prestige Sniper. Haha, jetzt hab ich im Team erst mal ein... DocTech geklaut. Ich weiß jetzt schon. Einfach mal beim Schwarm oder so kommt dieser... Prestige Master Sniper hinter dir. Und killt mich nochmal. Lebs noch? Ja. Oh... Okay. Kann gleich die Drohne. Da ist die Drohne da. Dann ist der Schwarm auch nicht mehr weit. Ja. Stimmt schon. Ja, prügel mal aus die Drohne. Ja, hier ist ja keiner. Da kommt einer. Hast du ihn? Nein, ich bin tot. Was hat der gefressen, ey? Ihr Ivo, Alter. Und... Wer spielt denn Ivo mit Schalldämpfer, EOD-Tech und dann noch... Laser-Teil da drauf? Wer ist denn denn behindert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So... Spielen wir mal etwas defensiver. Yes! Ja, ja. Nein! Verdammt, ey! Christian! Dieser Sniper! Ja! Wie hat die... Yay! Natürlich, ey! War klar, dass der Sniper irgendwie nochmal... Hier sein... Man, der muss auch was kompensieren, ey! Du bist da langen Lulat... Äh, langen Lauf! Na los, na los! Weißt du, hier kommen gleich gleich hin. Ohhhh! Das eine... Was ich nicht so mag. Abschuss bestätigt. LOL! Hat der eine goldene Cup erst mal! Ohhhh! Schreiber? Ja, ne. Der spielt Cup-Only. Auch geil. Oh Gott, fast hätte ich mich irgendwie... ...und den Schlag getötet. Abschuss bestätigt. So, jetzt gammeln wir mal hier hinten in der Tankstelle rum. Loil! Was soll denn das jetzt? Geil, hat der Tank da in der Luft rum, oder was? Was gammelt jetzt? Ja, aber auf jeden Fall ein Orbital-Satellit. Nein, du hast ein Orbital-Riese, ey! Nein, ich hab gerade meine Drohne rausgekommen. Ich bin auch so... LOL 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 Cup-Only, Alter. Hätte mich fast getötet, Mann. Dreck! Gehen wir mal hier hoch, ey! Oh, der teammate geklappt. Nein! Und er holt mich. Mit ner Takt... Ne, noch nicht mehr. Ey. Er hat den Cup auf Gold, ne? Ja, 5-7. Auf so ner... Pist-Tarnung, Alter. Das ist die Kacke, Alter. Schwarm! Das ist ein Schwarm. Ja. Und er hat den Clam-Ont. Willi-Wod-Gall! Mann bist du cool! Deines Kind, Alter! Du hast nen 16-1, Alter! Oh mein Gott! Ja, mein Junge, Alter! Das war ne sexy Runde hier! Gott! Noch 15 weitere Kills! Also, legit-Kills! Man, natürlich mit der Tacke, aber man! Der Sniper kämpft da oben mit Taktik-Einstieg! Wollte ich schon mal so sagen! Nein, das ist kein Taktik-Einstieg! There is no tactical insertion in here! LOL! LOL! Der Schwarm hat mich selber... Hat mich getötet! Obwohl da kein Gegner in der Nähe war! Richtig lecker, ey! Das kann man sich mal schmecken lassen! Ey, ich fang hier gleich an zu schnitzeln! Und jetzt erstmal schön Evo, Schalldämpfer! Mit La... Schalldämpfer, Laser und EOTech auf der Evo! Ist der dumm? Ja, hab ich ja gesagt! Der... Über... Der ist doch richtig Strahle im Kopf! Ja, hol! Ja, auch Strahle! Ach, ich doch, hol! Lol, ey, der Shotgun-Heini ist ja mal so schlecht! Der spielt die Shotgun-Langer-Lauf! MMS! Ist der dumm? Lade nach! Moment! Nein! Nicht der Typ mit der Death! Nein! Oh, wieder Evo! Der hat Kacken-Gold, Alter! Krieg'n Anfall! M-Silvan, man! Gott, bist du schlecht! Ich würde mal gerne interessieren, wo die alle sind... Und da! Mann, der Typ mit seiner dummen LMG, na? Gott, ich könnte kotzen! Ich hasse LMGs in dem Game, so sehr! Ich hasse sie so sehr! Ja! Ja, hier mal mit der Slip... Evo... Na, nicht Evo, das ist ein Respektor! Meine, meine! Da spielst du denn die Schalldämpfer? Ja, oh nein, der hat eine LMG-U. Sag mal... Nee, da bist du komplett unten drunter! Ey, der Typ mit dem LMG ist ja mal so eine fiese Hure! Ja! Ich beiß hier gleich einen Brot, Alter! Ich beiß hier einen Brot, Alter! Und spielst du denn die mit Schalldämpfer, ist voll behindert! Na, dann wirst du nicht so leicht gespottet! Ja, stimmt schon, ist auch ganz geil! Ah, dieser elende Quickscope! Ich wette mit dir, er hat mir... Na, Quickscope, die marte mich! Der ist da, der ist da übrigens da hinten mit Schalldämpfer! Äh, nicht mit Taktik, ein Schicksal, aber die Schalldämpfer! Na, schon mal... Und wieder hat er mich ge-Quickscoped! Ich könnte kotzen hier! Aus nem schönen... 21 oder so, wird hier erstmal ein 34-10! Wow, 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 wow... Ey, was ist...unterwegs? Ey, der Typ ist so dumm, ne? Der spielt die mit langem Lauf und MMS, Mann! Der Tarnhelikopter? Jezusack, ja. Ja? Mhm. Cool. Hard man, warum muss der denn snipen, der Prestigewixer, man. Ne, Ivo. Ist nicht. Erstmal schön hier in den Spawn-Geiern. Reinrallern. Geiern wir aber schnell, die Marken. Marken. Sexy. Krügel mal auf den Spawn. Ah, ich glaub ich weiß wo die sind, die sind alles rausgebracht. Ja, sie quitten, Mann. Oh Gott, Mann. Ich krieg auch nur noch die Schnauze hier. R-R-R-Retard hat mir ihre Ziel erfasst. Heben wir mal die Ivo auf und Geiern jetzt mal. Was hat denn der noch? Vor allem der hat ja nicht ein normales EOTech, der hat da noch so komisches, ey. Das ist einfach keine Chance gegen die Ivo. Irgendwie tun mir die Gegner mal leid, wenn ich die Ivo benutze. Ich hab' die Hunderten. Ich hab' die 50 Kills noch. Die 100, ja. Nein, die 100, die könnt's noch machen. Dann sollten wir hier keine Marken mehr haben. Ja, schau ich trotzdem an. Ich hab' mich mal etwas mehr gekriegt. Jetzt doch, ey. Der Prestige. Ich krieg' nen Knall. Boah, 35-6, doch bin's gut. Tut mir leid, Mama. Tut mir leid. Tut mir leid. Nicht so laut, ich bin nicht mehr so laut. Ich weiß ja, tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Ja, von allen Seiten. Christian. Ich glaub' Christian. Hey, soll jetzt? Ey, der hat 8-14, ey. Ey, ich krieg' ein Abpack. Oh, oh. Und der hat sich schon auf, oh. Sieht ganz geil aus, ne? Ja, aber guck' mal. Das Gegnerteam, der Sniper hat 15-28, ey. Unglaublich, ja. Ich auf. So, dann beenden wir diese Folge mit einem ganz gediegenen. Gut schon. 45-14, haut da rein, Leute.